hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu little nightmares im dlc wir sind unterwegs mit kit das ist nämlich der name dieses jungen habe ich nachgeschaut musste ich erst mal gucken und wir müssen immer noch wird oben diese intakte sicherung finden so da kommen wir nicht raus können wir das teil hier unten ziehen ja ok da können wir wahrscheinlich den hier ziehen und dann kommen wir auch hier nach oben müssen natürlich bei dem langarmigen kerl wieder da vorbei komm schon und ziehst du dich nicht da hochkett also eigentlich müsste er das ohne probleme schaffen jetzt haben wir zwar die sicherung müssen aber jetzt wieder herauskommen und jetzt wird es wieder gefährlich okay wir sind oh mein gott oh mein gott oh mein gott lass mich lass mich der findet uns hier hinten ach man ich habe mich da oben irgendwie ins ins aus buxiert na gut dann halt noch mal ne die sicherung ist auf jeden fall schon hier unten das ist gut die tür ist noch nicht auf ok das ganze jetzt noch mal wir müssen irgendwie an dem vorbeikommen ohne dass der uns ohne dass der uns sieht aber der riecht uns glaube ich ne der sieht uns zwar nicht das ist noch nicht die richtige strategie die ich hier habe ich werde mich hier noch ein bisschen ich werde mich hier wahrscheinlich noch ein bisschen aufhalten kann ich hier unten lang gehen vielleicht oh gott wer fummelt hier ne ich kann aber nicht hier doch ich kann hier unten lang gehen ich muss ja nur irgendwie durch die tür kommen bei der ich am anfang war ne ich könnte jetzt versuchen wahrscheinlich schnell zu rennen aber ich denke mal der kommt mir hinterher der kommt mir hinterher das ist nicht gut der riecht mich eigentlich aber wenn ich hier lang schleiche habe ich vielleicht eine gute chance dass ich hier durch die tür komme die sicherung einsetze da ist die tür da ist die tür ich bin ich bin auf dem richtigen weg ich bin auf dem richtigen weg sehr schön okay dann setzen wir diese sicherung hier ein und können hier weiter nach oben fahren okay gut und da sind Wichtel die sind hier nach unten die sind dort unten rein und ich bin hier irgendwo auf dem Klo da komme ich nicht rein okay lasst mich mal hier raus jetzt muss ich hier oben dran springen aber ich habe gegen ich habe gegen okay ich bin ich bin noch zu schwach okay Moment komm her Wichtel du bist mein du bist mein Freund okay das ist einer kann ich den jetzt vielleicht schon da da dran schießen dass er sich da dran hängt okay das klappt noch nicht mir ist die anderen suchen komm schon her komm schon ich krieg dich ich krieg dich ich krieg dich okay ich habe den zweiten Wichtel der dritte ist dort vorne nee nee wir sind ja immer noch auf der Insel hier die sich hier neigt ne so vielleicht kriege ich den dritten ja wenn ich jetzt hier rüber springe aber der rollt irgendwie nicht weiter der Wagen der rollt zwar nach links aber ich muss ja nach rechts kommen und mit zwei Wichteln komme ich da auch noch nicht durch und ich glaube hier nicht dass ich hier nach oben klettern kann oder kann mal her ich den jetzt da hochschmeiße ne aber ich kann vielleicht über die warum ist hier nur einer wieder ach der andere ist hier okay der kommt ja sowieso nicht mit hier hoch so vielleicht komme ich jetzt aber so hier rüber dass ich den dort oben runterkriege der malt ja da ne hier bin ich auch hab ich mich auch einge komm man muss weiter hier nach oben geht das nicht nach oben da Moment vielleicht kann ich mich jetzt hier auf den Wagen fallen lassen komm mal her mit sehr schön so das ist der erste das ist der zweite und das ist der dritte ihr kommt mal mit kommt mal mit ich brauche eure Hilfe hier vorne so einmal zweimal zweimal muss ich jetzt auch noch mit da dran ne das ist ja nur das dass ich wieder da durchkomme oder hmm aber warum soll aber warum soll ich denn da zurück ne 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 komm mal her komm mal her komm mal her du musst auch mit da hoch okay jetzt bin ich aber trotzdem wieder hier das hat mich hat mich doch überhaupt nichts gebracht das hat mir überhaupt nichts gebracht was ich jetzt hier gemacht hab das hat mir überhaupt nichts gebracht warte mal vielleicht könnt ihr aber da durchgehen wenn ich da die Tür für euch aufmache ne das reicht nicht was 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 sollte ich denn jetzt hier eigentlich machen muss doch die drei Wichtel irgendwie da durchkriegen wer kommt hier kommt hier hier durch mit den Wagen kann ich den vielleicht ziehen ne Ach, die Kiste muss ich da drunter schieben. Alles klar, ich hab... Okay. So, die muss ich hier drunter schieben. Kommt mal her, ja? Kommt mal her, kommt mal her. So. So, okay. Sehr schön, jetzt könnt ihr mir nämlich hier folgen. Sehr gut. Und jetzt muss ich euch nur noch irgendwie hier reinkriegen. Aber ich muss mich da reinschmeißen. Okay. So, und ich fahr euch mit euch dann da runter und ihr helft dann weiter dort, die Kohle da in diesen Ofen zu kriegen, oder? Das ist sehr schön. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Sehr gut. Und der letzte kommt auch mit, oder? Ja. Okay, ihr macht jetzt eure Arbeit mit der Kohle hier weiter, hoffentlich. Damit ich hier weiterkomme. So. Sieht doch ganz gut aus, ne? Reicht das nicht bald schon? Das sieht doch ganz gut aus hier. Jetzt bewegt sich das nämlich. Auch noch nicht weiter. Und ich hätte jetzt gedacht, ich kann jetzt da hochfahren. Das reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Oh, hier komme ich. Hier kriege ich ja auch nichts weiter. Raus. Bisschen Kohle vielleicht. Und hier unten. Hier komme ich nicht zurück. Okay, vielleicht gab es aber hier noch einen. Kann ich hier unten rein? Nee, geht auch nicht. Okay, dann muss ich wahrscheinlich da oben noch irgendwas machen. Also hier ist erstmal kein Wichtel mehr. Die arbeiten hier. Aber ich kriege die ja auch von da oben nicht hier runter. Also das funktioniert ja auch nicht. Was ist das hier? Okay. Das bedeutet mein Tod. Hm. Was bedeutet... Nein, Tod, hier. Du musst mitarbeiten. Wie viele Wichtel brauche ich denn da noch eigentlich? Oder komme ich dann hier oben irgendwo weiter? Ich muss mal... Ich gehe nochmal hier hoch. Ich war zwar jetzt schon hier oben. Aber hier ist doch auch noch irgendwas, oder? Ah. Alles klar. Hier ist die Klappe. Und hier gibt es garantiert auch noch irgendwo Wichtel, die ich... Oder auch nicht. Hm. Ist kein Schalter in der Nähe, wo ich sagen kann, den kann ich betätigen. Wie sieht hier auf? Ne. Und schieben? Schieben geht auch nicht. Aber irgendwas kann ich mit der Tür machen. Mit Sicherheit. Die geht aber immer noch nicht... Also die geht noch nicht auf. Okay. Dann kann ich hier auch erstmal noch nichts machen. Schade eigentlich. Aber da muss ich definitiv irgendwas machen. Das sind wahrscheinlich die letzten Wichtel, die ich dann brauche. Weil von hier oben... Ich muss garantiert da nach oben fahren mit dem Ding. So. Und hier gibt es auch garantiert... Hier wird diese Flasche, die ich da gefunden habe. Und hier muss ich garantiert auch irgendetwas machen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Alles klar. Das hätte ich glaube ich schon... Oh oh. Oh oh. Okay, wir sind in deiner Werkstatt wieder. Aber was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Sicherung einschalten. Okay. Ah, das hat nicht ausgerechnet. Okay. Ich glaube der wickelt mich wieder ein. Ah, das wird nochmal so eine Stelle hier. Die wird schwierig werden, denke ich. Mal gucken. Ah, ich muss den da wahrscheinlich ablenken. Ich muss den da wahrscheinlich dort ablenken. Komm, geh hier durch. Und komm, geh hier nicht durch. Komm, geh hoch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und schnell hier rein. Okay. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite hier. Gut zu wissen. Hier ist nämlich die... Bestimmt die Verbindung. Da oben ist ein Wichtel. Genau. Und an den muss ich nämlich ran, denke ich mal. Den brauche ich wahrscheinlich noch. Den brauche ich noch da oben. Komm, spring. Ja. So, jetzt nehme ich dich mit. Sehr gut. Jetzt habe ich dich. Du machst mir ja alles nach. So, dich brauche ich wahrscheinlich hier vorne. Dort oben ist eine... Okay. Komm mal her. Ich schmeiße dich jetzt mal da an die Leiter. Dann lasse ich die wahrscheinlich runter. Ja. Sehr schön. Jetzt brauche ich die Lore. Und die Lore muss dann... Da nach vorne gebracht werden. Okay. Gucken wir erst mal hier rein, was hier ist. Hier ist gar nichts, ne? Doch, hier ist ein Schalter. Jetzt kann ich im Prinzip die Augen steuern. Oh, da ist Six. Die läuft gerade durch die... Durch die... Durch die... Durch die... Durch den... Durch das Schuhabteil da. Okay. Also wir spielen im Prinzip die Geschichte von... Kit ist parallel zu der Geschichte von... Six, denke ich mal. Aber hier komme ich nicht nach oben. Aber hier nach drüben. Und dann kann ich die nach unten lassen. Die Frage ist, wie komme ich wieder zurück? Okay. Okay. Kann ich mich da vielleicht? Ne, kann ich nicht. Ähm. Die Tür geht nicht auf. Aha. Ähm. Okay, ich bin wieder zurück. Und dann kann ich hier... Wieder nach unten klettern. So, komm mal mit. Jetzt schiebt mal hier. Aber die werden wir nicht hier hochkriegen. Die werden wir noch nicht hier hochkriegen. Guck mal, wenn ich ziehe und du schiebst, geht das dann? Ne. Hier fehlt mir noch irgendwo ein Wichte. Irgendwo brauche ich hier noch ein Wichtelchen. So, hier rüber komme ich aber nicht. Und hier nach oben geklettert komme ich auch nicht. Komm, sag mir mal, wo dein... Wo dein Wichtelkollege ist, hier. Da oben komme ich auch durch. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich dich hier hochschmeißen? Da oben komme ich irgendwie durch. Aber hier, hier komme ich nicht nach oben, ne? Hier komme ich nicht nach oben. Und von hier komme ich auch nicht rüber. Doch, Moment, hier bin ich ja jetzt hier drüben. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwas. Moment, was... Das war nur... Das war nur das mit den Augen hier. Das war nur das mit den Augen hier. Ne, hier ist. Das ist aber auch kein Wichte. Und wenn ich jetzt hier hinten rumgehe. Hm. Ich kann ja auch nicht springen. Ne, hier bin ich... Hier bin ich vollkommen... Da komme ich aber sowieso nicht weiter. Aber kann ich den Stuhl vielleicht? Ne, da klettert er ja nur nach oben. Bräuchte irgendwas? Ach, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich komme da hoch. Komm mal her, hier. Ja. In die Richtung. Dann kann ich nämlich auf die Lore klettern. Dann komme ich nämlich dort hoch. So. Sehr schön. Und dann komme ich hier drüben rein. Und wahrscheinlich gibt es hier drüben noch... ...den ein oder anderen Wichtelmeer. Da komme ich nicht rein. Da brauche ich die Hilfe von einem Wichtel. Komm schon. Ähm. Kann ich hier runter eigentlich? Ja. Du kommst mir her. Nur nochmal zwei hier. So. Komm, ich nehme die mal in der Hand. Ich kann dich doch hier hochschmeißen. So. Ne, ne, ne. Bleib hier oben. Bleib hier oben. Ich schmeiße sie jetzt dort an den... So, Momentchen. Hier kommt Kohle runter. Jawohl. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen... ...bisschen mehr... Ähm. Okay. Okay. Sehr schön. So, jetzt bin ich hier drüben. Der Wichtel, der ist ja hier rein in die Rand irgendwo, ne. Komm. Ich will dich haben. Ich will dich kriegen. Okay. Sehr schön. Jetzt habe ich euch zwei auch. Jetzt gehst du auch noch da hoch. So. Sehr schön. Jetzt kommt ihr mal mit. Ihr kommt jetzt mit. Jetzt schmeiße ich euch hier hoch. Hey. Und jetzt habe ich drei. So. Mit euch kriege ich doch wahrscheinlich diese... ...Lore geschoben, dass die dort hochkommt. Ihr seid jetzt zu... Ihr seid jetzt zu dritt. Also wir müssen das jetzt eigentlich schaffen. Weil mehr von diesen Wichteln hier sehe ich nicht. Ja, jawohl. Die schaffen das, die Kleinen. Sehr gut. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Schiebt, schiebt, schiebt. Wir brauchen noch viel mehr Kohle. Okay. Aber die Tür ist immer noch zu hier. Wie geht jetzt die Tür auf? Ich sehe ja gar keinen Schalter. Gute Frage. Warum kommt der eine mir jetzt hinterhergerannt? Das kann doch nicht hier reinrennen. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Zwar... ...da drüben auch nicht. Guck mal mit, Kleiner. Aber oben lang... Ich bin hier durchgefallen, wa? Momentchen mal. Wir können doch bestimmt die Tür aufdrücken. Habe ich jetzt meinen dritten Wichtel verlassen. Hallo, hallo, dritter Wichtel. Ich kann doch die Tür bestimmt aufdrücken. Uh, wo bist du hin? So, sehr schön. Kommt mal mit. Wir müssen die Tür aufdrücken. Und dann setze ich euch einfach in die Lore rein. So, jetzt kommt mal her, ja. Auch nicht. Aber ich kann die auch nicht mit voller Wucht dann dagegen schieben, oder? Nee, das bringt auch nichts. Die geht nicht auf. Hm. Guck mal, wenn sich das die Insel vielleicht neigt, dass ich hier mit so großer Geschwindigkeit... Nee. Ach ja. Oben durch komme ich auch nicht. Okay. Hm, vielleicht kann ich die aber noch. Vielleicht komme ich ja... Hallo, bleib stehen. Nee, lass die... Mann, lass den Wichtel in Ruhe. Das gibt es da nicht, ja. So, aber vielleicht komme ich ja hier hoch dann. Ja, da kann man kletzern. Hier kann man klettern. Okay. Jetzt bin ich hier draußen. So. Jetzt komme ich hier runter. Hier runter. Ah. Momentchen. So, sehr schön. Ah ja, ihr müsst mitkommen. Alles gut. Wir müssen jetzt die Lore da nach vorne schieben. Und dann würde ich gerne den Part beenden. Wir müssen halt im Prinzip versuchen, den Ofen... Okay. Ihr drei kommt mal mit. So, jetzt stellt ihr euch hier drauf. Komm, der dritte muss auch noch da drauf. Und dann lasse ich euch nach unten fallen. Ähm, Kit, du müsst hier aber... Ah, die springen immer so richtig. Weil die Steuerung ist manchmal ganz schön. Okay, ich bin hier oben. Nee, 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 ihr bleibt alle bitte hier sitzen. Bleibt da sitzen. Ich verlasse euch nicht. Ich bin gleich... ...wieder da. So, nochmal drei Wichtel mehr jetzt. Und springen. Und wo ist der dritte? Ach, Gott sei Dank. Kommt. Ihr müsst mitkommen. Kommt, kommt, kommt. Ihr müsst arbeiten. Los, los, los. So, die zwei arbeiten schon. Und den dritten muss ich mir immer noch holen. Da der will irgendwie noch nicht so richtig. Doch, jetzt will er kommen. Ihr müsst arbeiten, damit das alles funktioniert. Sehr schön. Ich denke mal, das sollte jetzt klappen. Und jetzt kann ich nämlich hier nach oben fahren. Die Wichtel arbeiten für mich. Und ich komme weiter. Hm. Frage ist natürlich, wo kommen wir jetzt hin? Wo kommen wir jetzt hin? Okay, ich spring mal lieber hier raus. Wer weiß, was passiert. Da oben ist auch ein Wichtel. Da oben ist auch ein Wichtel. Das bin ich schon wieder hier. Ah, hier hinten bist du. Oh. Kommt schon, wir müssen hier durch. Helft mir mal. Oh, die tragen das sogar weg. Cool, guckt mal. Ähm. Lasst ihr mich jetzt mit da rein? Oh. Guckt mal. Ganz viele Wichtel. Ganz viele Wichtel. Ganz viele Wichtel. Haben wir jetzt das Lager der Wichtel gefunden? Ja. Sieht so aus. Ähm. Und dort oben leuchtet eine Kerze. Ach, wir können hier weitergehen. Wir sind auf dem Fahrstuhl, ne? Oha. Wir sind auf dem Fahrstuhl. Den wir gesehen haben, als wir mit Six in die Gemächer der Dame hier gekommen sind. Die ist nämlich nach oben gefahren. Und das war der zweite DLC, der jetzt vorüber ist. Ein DLC haben wir noch vor uns. Also das ist im Prinzip die Geschichte des Schlunds, die wir hier mit Kit erleben. Das sind drei DLCs gewesen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir machen hier im nächsten Part weiter. Und wir sind gespannt, was Kit weiterhin hier erwartet. Also, bis dahin macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.